Stellen Sie sich auch die Frage, ob die Bewertungen von Amazon, Alphabet, Facebook und Co. gerechtfertigt sind oder ob wir bereits auf eine neue Dotcom-Blase zusteuern. Die schwergewichtigen US-Technologiekonzerne haben in den letzten Monaten stark zur Erholung der Aktienmärkte beigetragen. Einige von ihnen haben im August bereits wieder Rekordstände erreicht. Die Bewertungen liegen zwar heute teilweise höher als von vor 20 Jahren bei der letzten grossen Technologieblase. Allerdings hat sich auch die Situation fundamental verändert. Die grossen Technologieunternehmen sind von verlustreichen Wachstumshoffnungen zu einflussreichen und ertragsstarken Konzernen mit globaler Ausstrahlung gereift. Dank ihren breit abgestützten Geschäftsmodellen profitieren sie von strukturellen Wachstumstrends. Dazu gehören neben der fortschrittenden Digitalisierung auch das Boom der E-Commerce-Geschäft oder der aktuelle Trend zur vermehrten Arbeit von zu Hause. Daher gehören Unternehmen wie Apple, Alphabet und Microsoft für mich grundsätzlich in jedes gut diversifizierte Aktienportfolio. Genauso wie Novartis, Roche und Nestle. Diese positiven Treiber sind in den Kursen bereits eingepreist. Zusammen mit der gestiegenen Nervosität der Anleger erhöht dies kurzfristig das Potenzial für Rückschläge. Das haben wir in den letzten Wochen bereits deutlich gesehen. Dazu kommt, dass den Technologieunternehmen mit den anstehenden US-Wahlen, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China und dem steigenden Regulierungsdruck auch einige Hindernisse im Wege stehen. Es kann sich also lohnen, Gewinne mitzunehmen und grössere Kursrückschläge für gezielte Zugkäufe zu nutzen.